Und das ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst bei uns bei BIL Live, gleichzeitig der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz. Herzlich willkommen hier. Wir haben die Zahlen jetzt gerade gehört von Patricia. Es gab aber richtig Probleme heute bei den Zahlen. Beim Robert-Koch-Institut haben wir die Server heute rumgesponnen. Haben Sie Vertrauen jetzt in die aktuellen Zahlen? Die sind ja nicht ganz unerheblich. Das sind die Zahlen, die heute auf den Tisch kommen beim Corona-Gipfel. Ja, wir kommen heute Mittag zusammen. Ich denke, da werden wir schon überarbeitete Zahlen haben. Aber unabhängig von der Frage, wie sich jetzt heute die Zahlen entwickeln, sehen wir ja, die Infektionszahlen sind zu hoch. Wir sind am Anschlag, was die Krankenhäuser angeht. Wir müssen unglaublich vorsichtig sein. Aber wie kann das sein, dass immer wieder die Zahlen nicht aufschlussreich sind? Also wir haben uns jetzt zusammengesucht, was wir tatsächlich für aufschlussreich halten. Aber beim Robert-Koch-Institut nach so langer Zeit, Corona-Krise, gibt es immer wieder Fehler. Immer wieder guckt man morgens drauf. Immer wieder kommt der Hinweis, das Bundesland oder der Landkreis hat heute aber nicht gemeldet. Das ist doch total unbefriedigend. Ja, ist es, teile ich auch. Auch, dass an Wochenenden teilweise nicht gemeldet wird. Deswegen ist die 7-Tages-Inzidenz, glaube ich, ein guter Wert, weil er das alles rausmittelt. Und das ist ja nach wie vor auch einer der zentralen Steuerungswerte für die Politik. Es muss heute ja über einiges geredet werden. Und eigentlich sind wir alle schon in Weihnachtsstimmung. Also jetzt nochmal eine MPK. Klar, das wurde beschlossen bei der letzten MPK. Danach fragt man sich dann, jetzt passiert doch nicht noch irgendwas. Jetzt wird doch nicht noch irgendwas beschlossen, das uns das Weihnachtsfest vermiesen könnte. Oder doch? Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist keine Sondersitzung zu Corona, also keine Alarmstimmung, sondern es ist eine der zwei regelmäßig stattfindenden mit der Bundesregierung. Insofern haben wir auch ein paar andere Themen. Belarus, Europa, solche Dinge. Aber natürlich wird Corona auch wieder eine Rolle spielen. Vorher hieß es immer, wir müssen endlich Deutschland für den Corona-Winter-Winterfest machen. Das war das Wort vom jetzigen Kanzler Olaf Scholz. Aber ich habe nie gehört, jetzt sind wir soweit, jetzt sind wir Winterfest. Würden Sie sagen, wir sind Corona-Winterfest? Na, da wäre ich sehr zurückhaltend. Omikron ist noch viel zu wenig erforscht. Wir haben inzwischen einen verfestigten Eindruck, so will ich es mal sagen, dass die Infektiosität deutlich höher ist. Also einen Punkt zu beschreiben, wo man sagt, jetzt ist erst mal gut, das halte ich für riskant. Aber das war ja Ihr Ziel. Deswegen müssen wir weiterhin... Das war ja Ihr Ziel. Sie haben uns ja gesagt, uns Deutschen, wir machen das jetzt, wir regeln das jetzt, wir machen Deutschland Winterfest. Das war das Ziel von Olaf Scholz. Ja, das war das Ziel von Olaf Scholz, bevor er es Omikron gab. Da muss man jetzt auch, obwohl wir anderen Parteien angehören, fair mit ihm umgehen. Wir müssen vorsichtig sein. Mindestens Omikron mahnt uns dazu, aber schon auch die Infektionszahlen der letzten Woche. Die werden wir ja alle in einer bestimmten Entsprechung. 0,7 Prozent ist die alte Erkenntnis. Ich hoffe, wir müssen keine neue lernen bei Omikron. 0,7 Prozent der Menschen, die in den letzten Tagen infiziert worden sind, werden auf der Intensivstation landen. Omikron hin, Omikron her. Das kann es noch viel schwieriger machen. Deswegen absolute Vorsicht und Konzentration nach wie vor. Ich weiß, man kann nicht in die Glaskugel blicken. Dennoch fragen wir uns natürlich alle, wie soll das Ganze weitergehen? Wird es immer weiter eine MPK geben, dann wieder weitere Beschlüsse? Wird es immer wieder eine neue Variante? Wir sind alle keine Virologen und dennoch hat man ja so eine persönliche Einschätzung dafür. Wie lange begleitet uns dieses ganze Thema denn noch? Wie weit wagen Sie sich da mit einer Aussage aus dem Fenster? Na, wir haben ja ein paar Mechanismen, die wir jetzt gut beschreiben können. Die Booster-Kampagne läuft gut an. Wir haben uns letztes Mal festgelegt auf 30 Millionen Booster-Impfungen bis Ende des Jahres. Die Hälfte davon haben wir schon. Ich glaube, das klappt. In Nordrhein-Westfalen wird so viel geboostert, wie nie zuvor geimpft worden ist. 1,4 Millionen haben wir letzte Woche geschafft. Wir hatten mal 1,1 auf dem Höhepunkt der Impfkampagne mit den großen Impfzentren. Jetzt haben wir viele, viele kleine, auch mobile Einheiten. Das scheint effizienter zu sein. Mir liegt noch am Herzen das Thema Medikamente. Es kommen immer mehr Medikamente in die Erprobung, ich hoffe auch bald in die Zulassung. Da sollten wir eine abgestimmte Medikamenten-Strategie zwischen Bund und Ländern haben, um Menschen, die früh erkrankt sind, sofort diese Medikamente geben zu können. Damit sie erst gar nicht ins Krankenhaus auf die Intensivstation müssen, ist eine weitere Säule neben der Impfung, die uns aus dieser schlimmen Situation rausbringen kann. Als Sie das letzte Mal bei BILD Live waren, vor zwei Wochen, da haben Sie harte Bußgelder auch angekündigt. Da ging es um die Kontrollen, vor allen Dingen in Bus und Bahn. Und wir haben uns alle so ein bisschen gefragt, wie will man das kontrollieren? Ich selbst habe das hier in Berlin erlebt. Es wird also kontrolliert. Haben Sie beim Thema Bußgelder schon zugelangt bzw. zulangen müssen in Nordrhein-Westfalen? Ja, es wird kontrolliert und es wird auch kontrolliert werden, ob die 2G-Regelungen im Freizeitbereich eingehalten werden, im Handelsbereich eingehalten werden. Wir werden die Kommunen auch unterstützen, mit 50 Millionen Euro diese Kontrollen zu machen. Das sind ja die kommunalen Ordnungsbehörden. Wir lassen sie als Land nicht alleine mit dieser Aufgabe. Wichtiger als all die Kontrollen, die wichtig sind und die wir machen, ist aber, dass die Menschen selber vernünftig sind und stücklich dran halten. Aber haben Sie schon knallhart zugelangt? Ja, es wird zugelangt, es wird kontrolliert, es werden Bußgelder verhängt. Das ist auch wichtig. Und trotzdem ist mir nochmal wichtig zu sagen, der Appell an alle Menschen, das Geschriebene ist das eine, haltet euch dran, aber seid auch darüber hinaus vorsichtig und zurückhaltend. Wir haben Sie gesehen, als Sie Ministerpräsident geworden sind, in Begleitung auch Ihres Babys. Das waren sehr, sehr schöne Bilder, die wir gesehen haben. Ich weiß, Ihr Kind ist noch sehr klein, aber würden Sie Ihr Kind impfen lassen? Unser Kind ist 8 Monate alt, dafür gibt es jetzt diesen Impfstoff noch nicht. Wir haben aber die Frage Impfung generell natürlich auch zu Hause diskutiert mit Blick auf andere Impfungen, die auch bei Kleinkindern, bei Babys schon anstehen. Und wir haben uns immer dafür entschieden. Aber das ist unsere persönliche Entscheidung. Bei Kindern, finde ich, muss man sehr vorsichtig sein, Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Da muss man auch beraten, was gibt es für Krankheitsbilder, muss man mit dem Kinderarzt besprechen. Das ist anders als bei Erwachsenen, bei uns zu Hause. Und danach haben Sie gefragt, wir werden unser Kind impfen lassen, wann immer das angezeigt ist. Was muss noch passieren aktuell in dieser Corona-Krise, um Kinder besser zu schützen? Ja, Kinder schützen ist wichtig. Maskenpflicht in den Schulen. In nordrhein-westfälischen Schulen wird so viel getestet wie sonst nirgendwo. Dreimal die Woche werden die Großen getestet, zweimal die Kleinen im Pool-Test. In den Kitas kriegen die Eltern die Tests mit nach Hause. Das ist alles wichtig, vor allen Dingen aber dafür, dass Kita-Betrieb, Schulbetrieb stattfinden kann. Maximaler Schutz, wie ich jetzt auch immer höre, macht die Schulen wieder zu. Ist nicht meine Politik. Wenn wir das irgendwie vermeiden können, will ich es vermeiden, weil die Kinder, die jungen Leute haben in der Pandemie schon genug gelitten. Dennoch macht man das ja, muss man sagen, auch so ein bisschen durch die Hintertür. Auch in einigen Bundesländern, in denen man beispielsweise die Ferien verkürzt. Es findet natürlich auch teilweise Wechselunterrichts, müssen teilweise ganze Klassen in Quarantäne gehen. Also dennoch ist es für Kinder und auch für die Eltern de facto so, dass das Thema Schule kein sicheres, das Thema Kinderbetreuung, Kita kein sicheres Thema in dieser Krise ist. Wie kann man das sicher machen? In nordrhein-westfälischen Schulen sind nicht mal ein Prozent der Kinder positiv getestet. Das heißt, die Schule, die Kita ist nicht per se ein Infektionstreiber. Natürlich nehmen Kinder, nehmen junge Leute ein Infektionsgeschehen teil, wie andere auch. Sie sind eben vielfach nicht geimpft, weil es die Impfstoffe ja noch gar nicht gegeben hat oder erst sehr spät gekommen sind für die größeren Kinder. Deswegen ist die Durchimpfungsquote da besonders niedrig. Und trotzdem, finde ich, haben wir als Staat, haben wir als Gesellschaft eine Verpflichtung, Kinder, junge Leute zu schützen, dass sie Bildung, dass sie auch Betreuung bekommen. Denn vieles, was man da versäumt, kann man so einfach nicht wieder nachholen. Wie lange Angela Merkel Deutschland regiert hat, das sehe ich bei uns zu Hause immer an den Kindern. Die größte geboren, als Angela Merkel das Amt übernommen hat, die ist also jetzt 16. Mensch, so lange war diese Ära Angela Merkel. Ihre Tochter ist ganz klein. Wird die jetzt eine ganz lange Ära Olaf Scholz kennenlernen und das wird ihr Kanzler? Das wird sich zeigen. Es gab kurze und lange Kanzlerschaften in der Geschichte der Republik. Ich habe gestern mit Olaf Scholz einen kurzen Moment mal diskutieren können, sprechen können. Wir sehen uns ja heute wieder. Er war auch bei den letzten Ministerpräsidentenkonferenzen ja schon dabei. Das macht ja auch Sinn im Übergang. Und ich habe ein großes Interesse daran, dass wir gerade in dieser Pandemie zwischen Bund und Ländern gemeinsam arbeiten. Dann schützen wir die Menschen am besten. Gerade bei den MPKs war es oft so, dass viele Menschen sich gefragt haben, jetzt macht doch jeder wieder, was er will. Eigentlich macht jedes Bundesland, kocht noch mal sein eigenes Süppchen. Was glauben Sie, was muss die Politik tun? Wie muss so eine MPK auch nach außen transportiert werden, damit die Menschen Vertrauen gewinnen? Konsistentes Handeln ist wichtig. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon konstatieren, in Bayern, in Sachsen, Brandenburg, Thüringen haben wir völlig andere Situationen als beispielsweise in Schleswig-Holstein, Ennsburg-Renzburg-Eckern-Förde. Entschuldigung, Entschuldigung nach Schleswig-Holstein. Renzburg-Eckern-Förde, so rum, hat ganz andere Zahlen als Meißen beispielsweise. Deswegen ist mein Anliegen, einen Grundschutz zu verabreden, den alle mitmachen. Und wer besondere Herausforderungen hat, der muss natürlich mehr machen dürfen. Und wo es gut ist, was noch gut ist, hoffentlich auch so bleibt, der muss eben nicht so viele Einschränkungen seinen Bürgerinnen und Bürgern zumuten. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass man im Kern vieles gleich macht, aber dann eben auch Möglichkeiten lässt, reagieren auf die Lage vor Ort. Wer gibt da heute den Ton an in der Ministerpräsidentenkonferenz beim Corona-Gipfel? Ich glaube, es ist klug, wenn da gar keiner versucht, den Klassenclown zu machen, sondern wenn man sehr eng beieinander bleibt. Mein Ton ist eher moderierend, konziliant. Wir haben alle was davon, wenn wir schön zusammenbleiben. Und das verträgt sich am besten mit jemandem, der diese MPK führt, und der das auch im Stil ausdrückt und alle Leute schön mitnimmt. Hat man sich da schon vorher was überlegt, wie man jetzt Olaf Scholz zum ersten Mal teilnehmend als Kanzler dort begrüßt nachher? Ich glaube, wir werden ihm einfach gratulieren. Aber es gibt keine Blumen, kein Wein, kein Geschenk, Kopfäpfel. Wir haben ja gestern einiges gesehen. Lassen Sie sich überraschen. Letzte Frage zielt auf die CDU. Sie haben noch kein richtiges Gegengewicht gefunden zu Olaf Scholz derzeit. Der sieht sich ja sowieso in der Kontinuität von Angela Merkel. Da wird es schwierig, dann eigene Akzente vielleicht in der Opposition zu setzen. Glauben Sie, dass die CDU jetzt schon im ersten Schwung sich auf einen neuen Chef festlegt? Also schon in der ersten Wahlrunde? Na, zum einen haben wir ja einen Chef im Bundestag, Ralf Brinkhaus, der auch in der Lage ist, im parlamentarischen Betrieb ein Gegengewicht zu setzen, wenn es nötig ist und wenn es nötig sein wird in den nächsten Wochen. Und ich bin ziemlich sicher, dann wird die CDU auch bald einen neuen Vorsitzenden haben. Ja, aber schon in der ersten Runde gehen Sie davon aus? Das entscheiden ja unsere Mitglieder. Sie sind ja Mitglied. Ich bin Mitglied, ich habe auch schon gewählt. Sie haben sich festgelegt. Ich habe gewählt. Wen haben Sie denn gewählt? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Aber warum? Wir haben ja auch ein Wahlgeheimnis bei solchen Abstimmungen. Ja, man muss es nicht sagen, aber man kann es sagen. Stimmt, tue ich aber nicht. Danke, Herr Ministerpräsident. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.